So, herzlich willkommen. Wir sind heute im Interview mit dem jungen Mann hier. Das ist das Rock'n'Roll Schwein Knospe, der neue Trommler von TXL. Und somit auch gleich zur ersten Frage, Knospe, du bist jetzt bei TXL eingestiegen. Wie fühlt man sich denn so als Trommler, als virtueller Trommler muss man ja sagen, von TXL? Ja. Also, ihr habt's schon gehört. Ausführliche Antwort. Und damit gleich zur nächsten Frage. Knospe, du trommelst ja nun schon, wie ich gelesen habe, seit 30 Schweinejahren. Wie bereitet es sich denn vor auf die nächsten Shows? Ja, und, ähm, spielst du nach Noten? Spielst du nach Noten hoch oder machst du halt aus dem Schweinekopf? Gut, alles klar. Wir bedanken uns, Knospe, für dieses ausführliche Interview. Thank you very much und fuck you, Alter.